It's my time to shine! Nee. Mann! Hallo und herzlich willkommen zu Yumtamtam. Das hier ist Melissa und ich bin Felix. Und wir machen heute ein Victoria-Sponge-Cake, passend zur Erdbeer-Saison. Ja, klingt edel, schmeckt auch edel, ist aber ganz einfach und wir legen direkt los. Die Böden sind ganz klassischer Biskuitteig, deswegen mischen wir jetzt erstmal trockene Zutaten und nasse Zutaten. So, rein mit dem Zucker. Ich hab mich schon mal hier positioniert, um schaumig zu schlagen. Das wird auf jeden Fall einfacher, wenn die Butter weich ist. Das stimmt. Entweder ihr nehmt die Butter dann so zwei Stunden vorher raus, außer es ist sehr heiß draußen, da könnt ihr sie auch einfach kurz in die Sonne legen. Oder ihr packt sie zehn Sekunden in die Mikrowelle. Oder ihr habt sie einfach nie im Kühlschrank, sondern so, keine Ahnung, es gibt ja so Wasserhalterungen, wo man die Butter reinmachen kann. Dann hast du immer weiche Butter. Das ist richtig crazy. So. Butter und Zucker schön schaumig aufschlagen, dann löst sich auch der Zucker schon so ein bisschen in der Butter. Für alle die, die nicht wissen, was heißt Butter schaumig aufschlagen, weil manchmal gibt es ja auch dieses Fragezeichen. Macht einfach so lange, bis ihr keinen Bock mehr habt und dann macht noch ein Stück länger. Es kann nichts schief gehen, wenn ihr zu lange macht. Ja, eigentlich sollte es nicht mehr knirschen. Das ist es eigentlich. Ja, aber manche Leute haben schlechte Ohren, deswegen lieber ein bisschen länger drauf. Ich glaube, ich kann jetzt hier mal nach und nach die Eier dazu machen. Und ich mische in der Zeit schon mal das Mehl mit dem Backpulver. Yes. Und mit dem Ei Nummer zwei geben wir noch etwas Vanillepaste dazu. So macht die Tue? Ja. Dann muss ich jetzt so... Nein! Was ich genau gesehen habe. Extra krank. Der guckt doch mal. Oha! Das habe ich noch nie gesehen. Mit der Haut. Blöck. Eine Krise Salz. Yes. Dann gebe ich ihm noch mal eine Rutsche. So. Springformen und zwar kleine. Das ist ganz wichtig für den Victoria Sponge Cake. So, ich rühre mal das Mehl unter. Vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass der ganze Fluff wieder rausgeht. Nicht der Fluff. Der Fluff. Der Fluff. Wenn du eine Backzutat wärst. Was wärst du? Backpulver. Backpulver? Ja, ich gehe einfach immer krass auf. Ich wäre dieses... Diese Schokoblättchen, die man am Ende so rauf macht. Na. Bisschen unnötig. Bisschen unnötig. Aber schön. Agli Food hat doch gerade Comeback. Echt? Ja. Das ist... It's my time to shine. Ja, wirklich. Der hier heute wird aber nicht Agli Food. Sagst du jetzt? Wir bemühen uns. Ja. Weil der stand immer bei Queen Victoria. Oh. Ländereien erobern und Torte futtern. Da sehe ich mich. Ja, same. So. Nummer 1. Ah, den Ofen sollten wir mal vorheizen. Ah ja. Das ist tatsächlich beim Kuchenbacken relativ essentiell, damit er eben schon gleichmäßig warm ist. Wenn man die Dinger rein stellt. Tipptopp gefettet. Ich. Ja, ja. Die Königin essen Victoria's Sponge Cake. Das folgt nicht. Und kriegt Fisch und Chips. Schwierig, nicht vergleichbar. Aber ihr könnt auch Fisch und Chips machen. Findet ihr hier oben. Oder in der Videobeschreibung einen kleinen Link. Yes. Falls ihr noch eine Backform habt, dann backt einfach nacheinander, weil im Original wird der nicht durchgeschnitten. So. Und jetzt muss man stark dem Drang widerstehen, zu klopfen. No. Hä? Ich darf ja wohl die Platte klopfen. Nein. Aus mir kann ruhig die Luft raus. Dann bleibt nichts übrig. Dann bin ich wie die Vanillepackung. So. Und das geht jetzt in den Ofen und backt dann. Und danach muss der vollständig auskühlen. Sonst geht's nicht weiter. Tschüss. Unsere Tortenböden sind jetzt gebacken und vollständig abgekühlt. Wir können uns um den Tortenguss kümmern. Und dafür müssen wir uns erst mal um Erdbeeren kümmern. Ein Teil der Erdbeeren, der schönen Reifen Erdbeeren. Nee. Gib das her. Na gut. Die Erdbeer-Edging. Also ein Teil der Erdbeeren müsst ihr in eure gierige Kostin geben. Die andere Hälfte, nicht die Hälfte. Anderen Teilen heben wir für die Dicke aus. Und der Rest wird püriert für den Tortenguss. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich war so abgelenkt von Erdbeeren essen. Dafür muss dieser Strunk erst mal weg. Also ihr könnt das entweder halt abknipsen und dann geht das bei den meisten eigentlich fein. Wenn ihr ganz rigoros sein wollt, weil ihr da gar keinen Bock drauf habt, das auch okay ist, dann könnt ihr so ein Strohhalm, einen Glashalm, einen Halm nehmen und das so von unten durchstopfen. Da dürfen die aber noch nicht so reif sein. Und dann, zack, ist er weg. Und den Rest könnt ihr essen und müsst dann halt den Strohhalm jedes Mal sauber machen. Es sei denn, ihr seid alleine, dann könnt ihr das machen und niemandem erzählen. So, wie würde ich das machen? Ich kann niemals eine Bäckerei haben. Niemals. Oder ein Restaurant. Ich würde mir ständig die Hände ablecken. Ich wollte gerade sagen, der Clou ist, alle haben alles angeleckt. Ja, das ist mein Konzept. Ich nenne es auch einfach Angeleckt. Okay, siehst du. Naja, dann machen wir jetzt hier mal weiter die Schose. So, diese Erdbeeren hier pürieren wir jetzt und dann, wenn es erhitzt und dann kommt unser Tortenguss dazu. Also wir machen da Tortenguss raus. Zucker natürlich auch noch. Ja, dann schmecken sie nämlich endlich. Brumm, 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 brumm. Oh. Nicht schlecht. Ja. Ah, ein bisschen höher. Ja, der ist halt ein bisschen schmalbrüstig so auf der Arbeit. Ich finde immer so geil, wenn die erst so, als würde sie gerade so etwas reinbeißen. Ist ja auch so. Schon ein bisschen. Das stimmt. Felix, wenn du ein Küchengerät wärst, welches wärst du? Ein Standmixer mit zwei PS. Der kann pürieren, er kann Dinge klein machen und er sieht verdammt cool aus. Vielen Dank für Ihre Antwort. Danke. Immer wenn ich jetzt Erdbeeren püriert rieche, muss ich an Luke denken von Nerd Factory. Liebe Grüße, der hat mir mal eine Erdbeer-Schoko-Carolina-Reaper-Hotsauce gemacht. Oh. Das war eine wilde Mischung, hat aber sehr gut geschmeckt auf Tacos. War gut, so schön fruchtig und wie so eine Mole, aber dann asozial scharf. Das hat Spaß gemacht, aber auch süß, war gut. Und Leute, sollen wir mal Hot-Sauces hier machen? Oh ja, da würde ich mich sehen. Ja. Vielleicht draußen auf dem Balkon? Nein. Nein, mit Gasmaske. Ja, pff. Brauchst du eine Gasmaske zum Hot-Sauce machen, bist du schwach. Da ist noch ein großer. So, dann weg damit. Und dann machen wir schon mal einen Zucker rein. Gezuckerte Erdbeeren sind schon stark. Boah, ja. Auch gezuckerte Kondensmilch auf Erdbeeren, auch richtig geil. So, drauf. Das Ganze muss jetzt hier einmal kurz aufkochen und dann schmeißen wir Tortenguss dazu. Ihr könntet jetzt natürlich auch anstatt Tortenguss geliert Zucker reinschmeißen und dann hättet ihr Erdbeermarmelade. Was ist du denn von der Marmelade? Erdbeermarmelade. So. So, da kochen wir schon. Das heißt, ich kann schon ein bisschen runterstellen. Oder ich mach selber. So, klein bisschen runter. Und jetzt kommt der Tortenguss dazu. Und wir rühren das direkt runter. Und dann zieht das ganz fix an. Das ist übrigens auch gut, wenn ihr Erdbeeren habt und die über Nacht entschieden haben, wir werden ganz traurig. Macht einfach Gelee. Das stimmt. Schmeiß sie nicht weg. Nee. Schmeiß sie nicht weg. Das ist richtig. So, das lassen wir ganz kurz abkühlen, aber das zieht relativ fix an. Ich schneide hier schon mal ein bisschen gerade. Ich weiß, wir haben gesagt, wir schneiden nicht, aber ein bisschen. Aber das würde ich, da würde ich mich jetzt auch sehen. Schön, dass da drauf streichen und das dann so in den Dreimampfen. Oh, ich habe mir ein kleines Pausenbrot mitgenommen. Kleine Wegzehrung, so anstrengend heute wieder. Buttercreme brauchen wir. Margarine. Bitte nicht. Hey, sagt nichts gegen die Margarine. Wir brauchen Butter. Wir brauchen Butter. Und dazu kommt Puderzucker. Und damit es nicht nur noch süßer Butter schmeckt, kommt wieder ein bisschen Vanillepaste rein. Der freundliche Backäfer. Immer da, wird nicht schlecht, immer Vanille. Ist so. Beste. So, und jetzt würden wir das. So, ein Schluck Sahne kommt noch dazu. Jetzt mega sauer. Das wäre so lustig. Nee, geht. Ich kann das. Es wurde gebuttercremt. Das kommt jetzt nur auf einen Boden. Auch wenn ich so den Earth habe, dass es auf beide geht. Wie so ein gutes Brot, was du beschmierst, wo du oben und unten was machst. Genau, mit den Rändern auch. Ja. Das machen wir aber nicht. Nee. Der Kuchen so. Bitte gib. Gib mir all deinen Guss. Ich bin so durstig. Ja. Ich möchte saftig werden. Aber ich verstehe natürlich, dass man auf sowas dann abfährt. Ein Spongy Cake. Schön fruchtig. Dann ein Haufen Fett dazu. Mhm. Das kann ja gut werden. Ja. Dazu ein schöner Breakfast-Tea. Ja. Das hier muss jetzt komplett auskühlen. Iiii, langweilig. Ja. In der Zeit könnt ihr TikTok gucken bei uns. So einfach könnt ihr Orangen schälen. Ich teste für euch eingelegte Sachen. Und ich fange an mit dem Selleriesalat. Riecht stark. Diese beiden Hacks erleichtern euch das Leben. Ihr wollt Nudeln abgießen? Die Buttercreme ist jetzt hier im Spritzbeutel. Und das kommt jetzt hier einfach drauf. Genau. Der Tautenguss ist vollständig abgekühlt. Wäre das nämlich nicht so und dennoch warm, dann würde die Buttercreme einfach zerfließen. Das wollen wir nicht. Kann auch gut schmecken, ist aber nicht Sinn und Zweck. Das sieht aus wie eine schöne weiße Rose. Oder? So geht auch schon. Ja. Wenn ihr mehr Gäste habt, macht einfach beides aufgeklackt. Ja, oder so wie ich einfach keine Geduld habt, noch einen zweiten Boden zu backen, aber keine zweite Form. So geht auch. Genau. Wir drehen den Boden natürlich um, damit die glatte Seite oben ist. Und jetzt kommt ordentlich Puderzüger drauf. Bitteschön, viel Spaß. Was ist denn? Ja, gib ihm. Wir haben auch das kleinste Sieb EU-West geholt. Okay. Ja, das ist ordentlich Puderzucker. Und dann? Jetzt kommt gleich der schönste Moment. Das, was man so mühevoll aufgebaut hat, wieder kaputt machen. Yes. Nice. Der sieht jetzt sehr royal aus, aber er war unglaublich einfach und wird aber trotzdem königlich munden. Also deswegen müssen wir jetzt ein Stück rausschneiden. Ja. Ihr seht schon ein schönes Stück kam er raus. Jetzt kommt noch ein zweites und dann wird geschmaust. Ich finde, der sieht so richtig wie so ein Klischee-Kuchen aus einem Game oder so aus. Ja, 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 voll. Wie man Kuchen malen würde. Ja, oder auch so ein Anime oder so was. Ja, genau. Möchtest du noch ein Stück Kuchen zu deinem Team? Ja, also kann ich verstehen, dass der natürlich auf einer königlichen Tafel viel Eindruck macht. So, macht er auch Eindruck im Mund? Das ist natürlich hier die Preisfrage. Lustig. Ich finde, er gibt klassischen Erdbeerkuchen. So oben auch. Da kommt jetzt gleich auch wieder Deutsch aus mir aus. Ich bräuchte wahrscheinlich nur einen Kuchenboden. Ey, sehe ich genauso. Also, ich finde, ist es viel zu wenig Füllung. Ich finde, es müsste mindestens doppelt so viel sein. Oder halt nur einen Kuchen. Also, Pro-Tipp, klappt das auf und toppt beide. Und dann... Hey, Traditionen sind ja da, um gebrochen zu werden. Aber jetzt habt ihr erstmal die Baseline, um euch auch ein Victoria Spongebung zu machen. Yes. Oder ihr macht ein Melissa Spongebung draußen mit doppelt so viel Füllung. So sieht's aus. Schreibt gerne unten in die Kommentare, falls ihr euch noch irgendeinen bestimmten Kuchen wünscht, den wir hier noch nicht gemacht haben. Und ansonsten vergesst euch zu abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns auf TikTok. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank.